Alright, Baugenehmigung für Holzstapel. Jetzt legal. Mal gucken, was wir da bekommen können am Bingo. Wird wahrscheinlich nicht über 100.000 kosten, ne? Umweltschaden vielleicht. Das ist ein dummes Bauwerk. Mal schauen. Let's see, let's see. Eine echte Berühmtheit im Inselhotel in Potsdam. Hier neben Jürgen Vogel links. Jürgen Vogel. Okay. Ich finde halt Jürgen an sich schon einen weirden Namen. Er ist schon ein bisschen goofy. Leute, Jürgen Vogel. Gilt das schon als dummer Name? Ich finde, dummer Name klingt irgendwie so hart. Ich benenne es jetzt um in, äh, Goofy-Name, weil ich will nicht die ganze Zeit die Leute beleidigen. Ein Goofy-Name ist das für mich. So, Jürgen Vogel. Damit kann ich mit meinem Gewissen leben. Dummer Stadtname? Wait, wo war das? Potsdam ist doch kein dummer Name. Das ist eine bekannte Stadt, würde ich mal sagen. Neben Jürgen Vogel links im Bild. Dieser bekannte... Demitri, danke für den Follower. Und Pixelpionier dir auch. Holzstapel zieht Promis wie auch Heinz Hönig an. Doch der Reihe nach. 2016 bekam Hoteldirektor Burkhard Scholz Post von der Potsdam... Moment, wie heißt er? ...direktor Burkhard Scholz Post von... Burkhard Scholz. Also die zusammen ergeben zumindest einen Goofy-Namen. Killerwahl, danke für den Follower. Von der Potsdamer Bauverwaltung. Laut Paragraf 2 der Brandenburgischen Bauordnung ist so ein Holzstapel durch seine eigene Schwere mit dem Boden verbunden und damit eine bauliche Anlage. Alles klar, da haben wir die unnötige Bürokratie, würde ich mal sagen. Äh, ist das noch irgendwas? Äh, schlechte Ausrede, weiß ich nicht. Äh, Dimitri. Äh, danke für deinen Sub, äh, zwei Minuten nachdem du gefolgt hast. Dankeschön für die Unterstützung. Daher braucht der Holzstapel nach Paragraf 54 Brandenburgische Bauordnung... Dumme Bauten? Stimmt, wenn es hier laut, laut brandenburgischer Bauverordnung als Bauwerk gilt, dann ist das ein dummes Bauwerk, finde ich, für mich. Stimmt schon, ja. Landschaftsschutzgebiet am See, eine Baugenehmigung. Dass es sich hier um eine bauliche Anlage handelt bei den Kaminholzstapeln. Eine Burkhardt, den Namen habe ich doch nie gehört. Finde ich lächerlich und kleinkariert. Doch für die Bauverwaltung ist klar... Könnt ihr aufhören, die ganze Zeit zu entfolgen und neu zu folgen? Mein, mein Ding erkennt das nicht als neue Follows und macht dann die ganze Zeit diesen Scheiß alert. Der Holzstapel verunstaltet das Orts- und Landschaftsbild. Räumt Herr Scholz den Stapel nicht weg, muss er eine Strafe von 1002... Alles klar, da haben wir die schlechte Ausrede. Verunstaltet das Landschaftsbild. Und die können es dann verklagen, weil das ist ja ein Bauwerk. So, und damit machen wir jetzt die Alerts aus. Weil jetzt, wo ich es gesagt habe, machen alle erstmal ihren Follow weg und wieder hin. Alles klar, Leute. Gut, dass ich mich auf euch verlassen kann. 250 Euro zahlen. Anderenfalls würde mein... Politiker entscheiden Bullshit. Ja, sehe ich da schon auch. Wir müssen immer dran denken, dass so Stadtverwaltung ist irgendwie auch Politiker. Eine Zwangshaft beantragen, wenn ich diese Strafe dann nicht zahlen würde. Der Streit schaukelt sich hoch. Regionale und überregionale Zeitungen berichten immer wieder über... Aber müsste das dann nicht für jeden Holzstapel gelten? You know? Also, die können doch jetzt nicht für jeden Holzstapel eine Baugenehmigung beantragen oder nur bei denen, die es stört, oder was? Den Haufen Brennholz, schließlich landet der Fall sogar vor Gericht. Doch dann ein historischer Tag. Am 9. November 2020 wird hier Geschichte geschrieben. Dieser ominöse Stapel hat uns seit vier Jahren beschäftigt. Wer stellt denn auch sein Holzlager einfach so wirklich mitten in die Pampa rein? Muss ich aber auch mal sagen, ne? Es gibt nochmal ein doppeltes Ankreuzen für dumme Bauten. Also, das stellt man doch eigentlich neben sein Haus oder so, oder so in den Garten, oder... Wem gehört... Wieso steht das da? So, mitten im Feld, mit ganz viel Platz außenrum. Why? Und ich freue mich, dass... Also, da kann ich die Stadt schon irgendwie verstehen, dass das halt auch ein bisschen dumm dasteht. Nun, wir Frieden schließen werden und die Stadt Potsdam und wir reißen an diesem 9. November damit auch eine Mauer ein. Holzdire... äh, Hoteldirektor Scholz trifft sich zum Holzstapelgipfel mit dem Baudezernenten. Der hat den Kompromiss möglich gemacht. Die Menschen, die hier im Hotel sind, wollen ja auch Landschaft genießen. Also müssen wir gemeinsam mit dem Eigentümer des Hotels dafür sorgen, dass die Landschaft wirklich noch intakt bleibt. Stimmt, so ein Holzhaufen, da ist ja auch die Landschaft quasi nicht mehr intakt. Das ist ja, also, der möchte, dass ich hier fetter Umweltschaden ankreuze, ne, mit der Aussage, aber das sehe ich gerade gar nicht. Drei Fernsehteams und zahlreichen anderen Journalisten verkündet Hoteldirektor Scholz dann die historische Wende im Holzstapelstreit. Mit dem Holzstapel haben wir gemeinsam verabredet, dass dieser 15 bis 20 Meter weiter weggeräumt wird, damit nicht mehr das Landschaftsbild beeinträchtigt. Gesagt, getan, gemeinsam statt gegeneinander. Symbolisch schleppen wir ihn jetzt da weg. Ja. Okay. So geht's. Jetzt schieben die den einfach 20 Meter weiter. Hä? Landschaft wird völlig zerstört. Wirklich, absolut. Sehr schrecklich. Und 20 Meter, aber zum Glück ist ja 20 Meter weiter keine Landschaft mehr hier, ne, hier mitten im Wald. Grundstück Schabernack an sich schon, weil das ist ja ein Bauwerk und als Bauwerk hat ja dieser Holzstapel ein Grundstück. Und dementsprechend ist das Grundstück Schabernack. Hoffen wir mal, dass hier noch ein fetter Umweltschaden entsteht, dann haben wir ein Bingo. Liegt die Lösung jetzt nur schlappe 15 Meter entfernt, knapp außerhalb des Landschaftsschutzgebiets. Und hier ist auch keine Baugenehmigung. Eine Feldhiebmauer wie 1989, ja? Ist ja auch ein historisches Ereignis. Nein. Von hier nach hier. Ein kleiner Schritt für den Holzstapel. Ein großer für die Bürokratie. Nice. Alter, was eine Scheiße. Ich feiere die Folgen von heute. Die heutigen Folgen sind alle richtig geil. Wieso sind die denn alle so unfassbar stupid?